so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde von osiris und ja ich hatte in der letzten folge meinen guten freund hier mein kumpel und bro da oben hingeschickt um eisen zu sammeln er hat da fleißig was gemacht und ist auch automatisch hier zur kiste gegangen ob er zu 3 gedroppt hat weiß ich nicht ich werde einfach mal dazu akzeptieren vielleicht noch mal schicken 31 von 50 und immer mal schauen was der gute uns dann wirklich so in die kiste bringt so mein freund abflug die eieren holen mach mal denn wird mich halt natürlich noch interessieren ob es halt noch ob man mehrere von den guten viechern bauen kann ich sehe seiten glitzen und blitzern und alles drum und dran und ganz tolle sachen und werde mich dann heute auch dort hin aufmachen aber natürlich mein schüssel bei meine pistol mein pet steht und ja pet steht ganz wichtig ob man das hier findet keine ahnung und die ganzen elektronischen sachen die man alle braucht hier vor plastik und glas und stil und sowas alles wo man nicht alles herkriegt ho 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 Wenn's mal gucken so das können wir nicht mag können wir auch noch nicht mal pflanz 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 wir in ich habe schon mehr wort finde da ist ja da ist ja 31 von 50 und du hast mehr dicker hast du schon gemacht oder wird 49 von 5 der z gente macht wie geil ist das denn Dankeschön, weitermache. Ich guck dich nicht an. Machst du weiter? Oder kuschelst du gerade mit der Kiste? Du kuschelst mit der Kiste anscheinend. Okay, würde ich sagen. Follow me. Eh. Wir machen uns auf den Weg nach dort oben. Wir müssen mal gucken. Ich weiß gar nicht, auf welche Range das angezeigt wird. Wie viel jetzt im Endeffekt wir hier noch... Ne, Quatsch. Auf welche Entfernung es erst angezeigt wird, was dort abzubauen ist. Aber das Gute, wie gesagt, ist, wir wissen, wo unser Spawnpunkt ist. Also zum Anfang, wer sich noch nicht auskennt oder so, würde ich sagen. Straight am Spawnpunkt was bauen. Und so hat man immer eine gute Orientierung, dann zurückzukommen. Sauerstoff und so regeneriert sich anscheinend selbst. Unten Temperatur haben wir unten links. Minus 13,6. Wahrscheinlich die Außentemperatur. Weil wenn es innen drin wäre, wäre es ein bisschen fresh, würde ich sagen. Da ist Iron. Brauchen wir nicht. Würde ich sagen. Da oben sind die Bären. Die guten Teile haben wir auch noch nicht rausfinden können, was es ist. Das ist natürlich jetzt die zweite Folge, zweite Aufnahme in einer Folge, in einer Aufnahmesession. Demzufolge konnte ich noch keine Kommentare gucken, beantworten oder so. Es tut mir leid, Asche auf mein Haupt. Aber nicht so viel bitte, ansonsten sehe ich nichts mehr. Dankeschön. So, geht weiter. Ich werde mal langsam schleichen. Weil, wenn ich jetzt sprinte, dann wird unten mein Hydro-Zeugs da ziemlich wenig. Da oben ist schon so eine Spinne. Mein Freund ist noch hinter mir. Sehr schön. Glitzert hübsch. Lasset mal bitte Uran sein oder irgendwas, was ich brauche. Was brauche ich nochmal dafür? Klingling. Und zwar Plutonium, genau. Und Titanium. Aber ich weiß noch nicht, ob man das irgendwie... Weil hier gibt es noch so eine Riesenwürmer, habe ich gesehen. Die schießen dann so auf den Boden raus, wie bei Dune. Sandwürmer, wenn man es so sagen möchte. Und ja, schon heftig. Das glitzert so hübsch. Kommst du? Warum ist er eigentlich noch nicht repariert? Wie kann man ihn reparieren? Nochmal eine Frage an euch, falls ihr es schon wisst. Wäre toll. So, geht weiter. Klack, 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 klack. Ich komme mir ja vor wie Reinhard Messner hier. Bei der Besteigung vom Mount Everest. Alter, da hinten, wo wir... Iron? Iron? Ist doch nicht dein Ernst, dass ich jetzt wegen Iron hier hochkomme oder was? Was cool ist, der versorgt sich selber. Ich müsste eigentlich nur genug Früchte mitnehmen oder Beeren. Sieht geil aus mit den Schatten. Richtig, richtig fett. Aber wo ist eigentlich mein Schatten? Bin ich einfach nur eine seelenlose Hülle? Koppa? Koppa! Koppa! Koppa nehmen wir mit. Koppa fetzt. Ich glaube, das brauchen wir später für die Legierung und Kabellage und sowas alles. Schauen wir mal. Gönnen wir uns mal, ne? Klopfen wir uns mal fürchterlich wieder einen am Kopfer weg. Äh, Kopfer weg. Ja, läuft bei mir. Wortfindungsstörungen im Alter sind halt keine Seltenheit. So, Iron, Iron. Da ist noch mehr Kupfer. Ah, sieht schon nice aus, ganz ehrlich. Ich hab jetzt auch noch nicht geguckt, wie dieses andere tolle Spiel. No Man's Sky. Jetzt ist es mir eingefallen. Verdammte Soße, ey. Ja, für No Man's Sky, also ist es schon ein Töcken besser, sag ich mal ganz höflich, als No Man's Sky, definitiv. Weil No Man's Sky fand ich, gehypt wurde es richtig, 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 richtig mega fett. Ich war auch so geflasht und gehypt, dass ich mir natürlich gleichgläufig erworben hatte. Aber im Endeffekt schnell bereut, da der Spielspaß ziemlich schnell vorbei war. Da, äh, die Abwechslung fehlte, die zwar geboten wurde durch, äh, wechselnde Tiere und allem drum und dran. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, Multiplayer hatte ich mir erhofft. Ich mein, das ist ja nun wesentlich umfangreich und riesengroß. Muss ich schon wieder zurück, ey, ist doch nicht dein Ernst. Freund, warte auf mich, kann ich dir was aufdrücken? Ich hätte da ein bisschen Kupfer für dich, hä? Wie sieht's aus? Wo gab's denn noch so ein Vieh? Irgendwo gab's noch so ein Vieh, was dir gefolgt ist und das du beladen konntest, Mensch. Ähm. F. Kann ich, ich, ich konnte doch, Ich konnte doch, kann ich nicht mit dem... Falsche Taste, falsche Taste. Abbruch, Abbruch. Wo ist denn das, das, das Multitool? Das Multitool hätte ich gerne. Mr. Fleischi, bitte das Multitool. So, und jetzt werde ich dir höflicherweise ein bisschen Kupfer überdrücken. Oder auflegen. Ich hoffe, du kannst dich noch bewegen. Kommst du mir nach? Ähm. Nickname. Wow. Osiris Mission Personal Assistant. Dann werden wir doch mal Fleischis Assistent draus machen, würde ich sagen. Ähm. Fleischis. Assi. Assi. Tank brauchen wir dahinter nicht haben. So. Perfekt. Fleischis Assi. Sehr schön. Assi für Assistent, ist klar. So, wollen wir weitermachen? Ähm. Kupfer ist da oben noch. Ah, da hinten würde mich das schon gerne wohnen. Äh, wohn würde mich es wohnen. Na, tolle Sache. Das Mensch hat feiner Deutsch. Ähm. Ja. Da oben sind wir schon wieder die Ekelbären. Oder Ekelbüsche, die mir so schön, ähm, ja, mein, ähm, Helm zerstören. Mein Visier. Kommst du, Keule? Äh, Keule? Assi? Assi? Ich sehe ja schon wieder gar nichts hier. Beschlagen von innen, oder was? Kann ich den Raum an uns doch ausziehen? Oh, schwebende Steine? What? Bist du denn hier? Hier kommt bestimmt gleich wieder irgend so ein Fusselfier hoch und kriegt wieder auf den Nuss, ey. Kenn mich doch. Alter, ist das fett. Und weh, das wird so arschkalt hier. Da unten sind, oh, ein Krabbelkäfer. Er ist schon geil. Also ich hoffe mal, dass es wesentlich mehr verspricht als No Man's Sky. Ich habe noch nicht viel von Osiris gehört, aber No Man's Sky wurde ja, wie gesagt, nur so gehypt. Und hiervon, wie gesagt, erst kurzfristig, ich bin noch durch Hirnsturz draufgekommen. Der hat das, äh, angezuckt gemacht. Und es sah sehr interessant aus. Und da ich ja auf so eine Welt rum, Sachen hier stehe, das ist bestimmt bloß Eisen, Kupfer wieder. Ernsthaft jetzt, deswegen lofe ich hier lang. Taschen? Naja. So, schauen wir mal. Geht weiter hier. Äh, Taschenlampe war hier, glaube ich, auch irgendwo integriert mit L wie Ludwig. Äh, komm, follow me einfach. Wir gehen mal zurück zur Buzzies. Wir müssen dann halt nochmal loslaufen. Ah, es wäre schön, wenn es hier irgendwie so einen Rover geben würde oder so, so eine, wie heißen die Teile hier? Mars-Rover. Wir sind ja nicht auf dem Mars, wir sind hier irgendwo auf einem anderen Planeten. Ach, guck mal, das sieht doch, das sieht nach Eisen aus, wa? Oder, was sagt ihr dazu? Eisen? Bestimmt. Jetzt wird's dunkel. Nee, Kupfer so, ja. Okay. Aber ich dachte, ich finde noch ein paar Ressourcen mehr hier. Jetzt wird's dunkel. Ich hab die Flashlight angeschmissen. Ah, das ist die, die mir am Körper ist. Ah, genau. Auf meiner linken Schulter, rechten Schulter. Oder Helm. Ha, schade, dass man sich halt nicht so von außen das alles angucken kann. Kupfer. 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 Käfer. Zum Glück kein Kupferkäfer. Hier aber Iron. Äh, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Jump Around zurück. Und wüsste ich auch nicht, wie ich später dann mein, mein, ähm, mein Pack aufladen soll. Mein, ähm, Jetpack. Aber gut, wie gesagt, krieg ich alles raus. Hoffe ich, dass ich rauskriege. Wenn nicht, es gibt ja Vicky. Ne, Vicky, Vicky, Vicky. Aber erstmal rennen wir uns fürchterlich einen ab hier. Der Sauerstoff wird knapp. Und, äh, alles andere auch. Ah, sieht schon fett aus. Sieht so aus wie Uranusringe hier. Uranus. Fett. Dann würde es mich ja noch interessieren, ob man hier, ähm, halt noch, ähm, richtig böse einen abheben kann und, ähm, weg macht hier und so und wegfliegt. Da ist ja auch noch fett. Haben wir eigentlich eine Anzeige für die Batterie? Ne, äh. HealthSuit haben wir da unten. So, wir laufen richtig. 180 noch. Ich hoffe nicht jetzt irgendeine Monsterklippe. Was ist denn da hinten? Ey, ich gehe einfach mal gucken. Mehr als sterben kann ich ja hier nicht, ne? Dann fange ich halt wieder von vorne an und dann ist das gut. Aber das wird auch Eisen sein. Schwierige Gelegenheit, äh, äh, Angelegenheit. Irgendwas knallt hier draußen. Fürchterlich. So, was haben wir denn da? Entfernungsmesser wäre noch ganz geil irgendwie so. Na gut, haben wir oben links zum Spawn hin. Aber das bringt mir nicht viel. Ja, da sind wieder die, äh, Berry Tree. Was hat der Berry? Aluminium. Haben wir Aluminium? Hatten wir schon, ne? Ja. Ich glaube, das hatten wir oben geholt. Aber da könnte ich mir auch nochmal einen abklopfen. Alter, sieht so geil aus. Oder Saturn? Saturnringe, doch. Hatte ich Saturn gesagt? Ich weiß nicht mehr. Gott schütze die Alzheimer. Da ist er. Komm. Piu. Piu. Ich brauche XP. Ganz ehrlich. Ich brauche wirklich Erfahrungspunkte. Warum wärst du dich da? Ein XP gibt das echt jetzt? Da muss ich 1000 Viecher killen, um 1000 XP zu kriegen. Läuft. Iron, Iron, Aluminium. Gibt es hier Bohrer? Kann man hier bohren? Hilf mir mal einer. Ich bin so alleine. Also es ist so verdammt dunkel, Leute. Ey, wirklich. Ist so verdammt dunkel. Ich muss diese Richtung hier. Krasse Sache, ey. Ganz ehrlich. Heftig. Aber ich finde die Detailreiche ganz gut. Also was heißt Detailreiche? Es gibt ja noch nicht viele Details. Aber bis jetzt das, was ich sehe, ist schon mal bombastisch. Finde ich gut. Ob man sich das Spiel jetzt käuflich erwerben sollte? Ich bin da immer sehr spontan in so Sachen. Ich hau einfach raus. Komm. Ich habe aufgehört zu rauchen. Und von daher ist es eigentlich in Ordnung. Ich kann mich über nichts beschweren. Normalerweise würde ich das Geld eigentlich, hätte ich es früher für Zigaretten ausgegeben. Mache ich nicht mehr. Demzufolge passt schon. Weißt du, ob ich jetzt 5 Euro für eine Schachtel Kippen ausgebe oder 6 Euro. Und dann 4 Tage hinterher rauche oder mir ein Spiel dafür kaufe. Finde ich das Spiel besser angelegt. What? Wart. So, renn mit dir hier. Alien Meat. Drop it. Was hatten wir noch hier? Mein Freund, wart auf mich. Aber das ist ganz gut, dass man so arbeitet. Ach so, dann muss man immer das Toolmenü in. Das Multitool. Und dann kann man erst auf den guten Jungen zugreifen. Zack. Dann werden wir mal das Kupfer mal rausholen. Hat der, hat der gerade repariert. Hi. Cool. Kann ich dich, warum kann ich dich eigentlich nicht reparieren, mein Freund? Oder warum owned by my name? Ich weiß es nicht. Strukturen. Ähm, 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 äh, 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 Kupfer haben wir schon mal, hallo? Ja, wie kriegen wir jetzt Glas her? Soll ich Glas jetzt irgendwo aus, äh, weiß ich nicht. Soll ich es von mir aus nehmen? Oder ich weiß es nicht. Wie kann ich es, äh, ich will nicht reparieren, mein Digga. Kann man das auch umbenennen hier? Customize E? Nee. Schade eigentlich. Dann würde mich ja noch der Multiplayer interessieren, ob der schon funktioniert. Destroy wollen wir ja auch nicht machen. Nein, Mensch Junge, bist du denn irre? F, kann man das? Guck mal, wir gucken mal. Store in Inventory. Split, Drop. Ah, okay. Okay, 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 okay. Was kann man denn sonst damit? Ach, da, guck mal, da, guck mal, da kann man sehen. Es liegt so und so viel. Use it for crafting. Aber wo kriege ich bitte schön diese Liquid? Use it for crafting. Na, what? Drink, empty out, equip, add to backpack, drop. Echt jetzt? Krasse Sache. Ah. Complexed Liquid. Und das ist ein Glas-Container. Brauche ich vielleicht Glas dafür? Aber ich will ja jetzt nicht sinnlos irgendwas aussaufen, wa? Warte mal. D und A. Own Strukturs. Äh. Äh. Äh? Was hat der jetzt gemacht? Warum macht denn der das? Warum wechselt denn der so? Äh, der nimmt ja... Ah. Ach, der haben wir schon gebaut. Und da war der schon gebaut haben, oder? Ja. Weg mal von aus. So, uns fehlt immer noch, äh, Titanium und Plutonium. Wie können wir Plutonium oder Titanium herstellen? Not enough minerals. Schwere Geschichte, würde ich sagen. Solarpanel. Denke ich mal nicht, dass wir die jetzt brauchen. Beacon. Was sind das für Geräusche hier? Er fängt an zu regnen, Freunde. Furniture. Ein chemischer Tisch ist eine spezifisierte Indoor Crafting Table, das wir transformen. Verschiedene Gase und Flüssigkeiten ins Meer, komplexe Items. Okay. Äh, Fabrikator. Och, und wie gesagt, ich muss erst mal irgendwoher das andere Zeug ringieren. Aber, ne Dusche. Ganz wichtig. Ja, das regnet da draußen, Mensch. Und Wasser brauchen wir. Ah, schwierig, Freunde. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm. Ich würde sagen, ich hau mir erst mal hier. Ne, hau ich. Weiß ich nicht. Ich kicke nochmal schnell. Hab ich alles. Ich hab alles. Ich geh mal kurz nochmal ins Bettchen. Mach mal ein bisschen heier her, hier. Ah, fetzig. Ready. Und ich kriege dafür 25 Health und 10 XP. Äh, sauer was, Jungs, war? Immerhin. So, würde ich sagen, sind wir schon wieder bei einer Folge angekommen, beim Ende. Bei einer Folge angekommen, ist klar. Läuft ja schon die ganze Zeit, war? Ne, beim Ende einer Folge. Und, ähm, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Nach oben, nach Clue, ist klar, war? Äh, kickt bei der nächsten Folge wieder rin. Ich kau dann auch wieder eine raus, war? Versteht sich von alleine. Und, ja, also, momentan bockt's noch, das Spiel, war? Ich weiß nicht, wie lange. Ich kicke mal weiter. Und, ähm, wollte ich sagen, da fliegt was rum. Wie auch immer. Ich krieg grad ein Tröpfchen in der Hose. Und, ja. Bis denn, euer Fleischi. Tschüss.